Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die kennst du noch nicht, die heißt Fragenkonder. Am Anfang der Sendung habe ich es auch gesagt, wir werden Weihnachten einläuten. Deshalb gibt es jetzt an dich fünf schnelle Fragen und von dir fünf schnelle Antworten. Oh, da bin ich mal gespannt. Die Weihnachtszeit ist für mich die tollste Zeit. Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt bin ich sehr gerne. Am meisten freue ich mich an Weihnachten auf Augenklüren. Zu Weihnachten wünsche ich mir in diesem Jahr? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was? Ehrlich gesagt nicht, aber erst mal in den nächsten drei. Das wäre schon mal das erste Weihnachtsgeschenk. Und Leo bekommt in diesem Jahr vom Weihnachtsmann? Ja, ein Spielzeug. Was ganz genau will ich noch nicht sagen, aber mir schwebt da schon was vor. Nicht so heimlich, dass Feiertagsmagazin mit Papa guckt. Ja, das wäre schon mal.